Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade. Ja, ich möchte nur kurz was zur Anmerkung am Anfang geben. Da das hier ein Nebenprojekt ist und Nebenprojekte ja bei mir so ist, dass sie sehr lange dauern oder keine Story haben, werde ich mich meistens nicht am Ende nach den 10 Minuten verabschieden. Ich werde einfach so viel aufnehmen, wie ich lustig bin und dann einfach die besten 10 zeigen. Dann lasst mal loslegen. Ja, wir waren beim Rekrutieren von Einheiten und das geht dann immer so weiter. Und diese Kameraansicht nervt mich. Wir sollten ein paar Leute rekrutieren. Wir wurden ja angegriffen von... Na, sag mal schnell. Die Sateren. Endlich habe ich es. Und heute wollte ich euch mal zeigen, bei Bauernhöfen, wie man Quests annimmt und die auch erledigt. Ich nehme aber nur eine gewisse Quest dann. Mit den Dorfältesten sprechen. Habt ihr... Ah ja, nein, nein, die ist scheiße. Rinderquests ist scheiße. Dann müsst ihr zu anderen Bauern rennen und fragen, ob die Rinder haben können. Äh, haben. Und wie teuer die sind in so einem Kram. Und wenn ihr nicht Native Plus Plus habt, dann müsst ihr die sogar voranscheuchen. Wenn ihr Native Plus Plus haben, dann laufen sie einen Hinblick hinterher, aber trotzdem ist es noch nervig. Deswegen, ich suche eine bestimmte. Ah, das ist gut. Wir haben sehr unter einen Gruppen Banditen zu leiden. Sie stehlen unsere Nahrung. Sie stehlen. Tolles. Ich bin immer noch fertig. Sie stehlen unsere Nahrung und unser Vieh und töten jeden, der ihnen nicht sofort gehorcht. Unsere Männer sind wütend, dass wir uns nicht verteidigen können. Doch wir sind nur einfache Bauern. Mit etwas Hilfe könnte man aus einigen Dörfern jedoch etwas mehr herausholen. Wir brauchen einfach einen erfahrenen Kämpfer, der uns die Kampfkunst lehrt. Und das ist einer der geilsten Quest in diesem Spiel. Ich kann euch beibringen, wie ihr euch verteidigen könnt. Werde ich natürlich wählen. Tatsächlich? Oh, wie schön. Wir stünden tief in eurer Schuld, mein Herr. Ich werde den Dörfern sagen, hierher zu kommen und sie von euch im Kampf unterweisen lassen. Wenn wir uns zu dieser Selbstverteidigung lehren, können wir euch dazu bei einem Ehrenwort alles geben, was wir können. Rekordiert Freiwillige, mache ich nochmal. Bildet Bauern aus. Wenn ihr dies gemacht habt, dieses Ausbilden der Bauern. Das war aus Versehen, weil ich geklickt habe, wie und recht seht. Das Ausbilden dieser Bauern. Das ist echt praktisch. Ihr könnt dabei üben, ohne gleich zu sterben oder gefangen genommen zu werden. Und wenn ihr das dann alles erledigt habt, sie ausgewählt habt, dann greifen die Banditen an. Was auch echt cool ist. Die Banditen greifen dann an, dann kämpft man mit den Bauern auf seiner Seite gegen die Banditen. Und dann kann man Nahrungsmittel und so ein Kram bekommen. Was ich sehr toll finde. Oh, er hat mich getroffen. Jetzt kickst du meine Kombo-Rachen. Und besiegt. Willst du mal noch was sagen? Bildet die Bauern aus. Bildet sie aus. Ja. Und diese Kampf mit den Leuten sind nicht cool. Wie ihr, der eben gesehen habt. Naja, ich glaube, dass ihr es nicht gesehen habt. Weil das war einfach zu schnell weg. Und dann warnt dort eine Schlacht. Kann ich aber euch gleich nochmal zeigen. Vorhin habe ich es auch schon gesehen, aber... Da war ich gerade im Reden. Ich hoffe, jetzt kann ich es euch zeigen. Ah, die Gegner nähern sich. Ne, doch nicht. Bildet sie aus. Da, seht ihr das? Das ist eine Schlacht zwischen Rodox und Khan Kegis. Und dann, und... Wenn wir da jetzt hinreiten würden. Dann würde nur die Auswahl stehen, euch nicht einzuwischen. Aber wenn wir auf einer dieser Seiten wären, würden wir der Seite helfen. Und wir sind der Werb. Und durch Native Plus Plus kann man mitten im Kampf das machen. Das Upgraden. Das letzte Mal habe ich auf Stärke, Wenn ich kalt. Dann mache ich jetzt auf Charisma. Dann mache ich jetzt auf, wo ist das, wo ist das? Ein Schild, nein. Bogen, nein. Ich bin will, der Abend, Gott, benutzen, also brauche ich das nicht. Plündern, nein. Ausbildern, nein. Sprungensuche, Taktikern, nein. Wo ist das? Na, das ist ja, oh Gott. Ich habe es übersehen. Stangenwaffe und Einheit schwebt. Fertig. Und jetzt hoffentlich kommen die Gegner jetzt. Rekordiert Freiwillige. Bild die Bahn aus, bildet sie aus. Und ja, bei einer Schlacht gegen andere ist das echt cool. Da kriegt ihr halt gute Ausrüstung. Und ab und zu mal könnt ihr Fürsten oder den König gefangen nehmen. Und dann könnt ihr warten, bis das Königreich ein Angebot macht für denjenigen und dann könnt ihr die Kohle verdienen. Nur das eine Mal hatte ich das gehabt, dass ich den König gefangen genommen habe und die nur 2000 für den geboten haben. Das recht wenig ist in diesem Spiel. Bild, bla bla bla. Bild sie aus. Mist verfehlt. Und tot. Du schaust. Du gehörst mir nicht. Weiter. Ah, jetzt kommt sie. Als ihr euch für die Fortführung des Ausbildes breit machtet, kommt ein Wächter aus dem Dorf unter Alarmgeschrei herbeigerannt. Die Banditen wurden am Horizont gesichtet, bei scharfem Ritt nach Bulgur. Der Älteste bittet euch, ständig sie mit euren neu ausgebildeten Milize anzugreifen. Macht euch bereit zum Kampf. Und jetzt kämpfen viele gegen sie. Mist. Nichts getroffen. Und eingetört. Ein Pferd getroffen. Nur angetöt. Und... Aul. Aul. Schlaget ihr mich nicht? Ich bin nicht so cool. Aaaaah, gerade drehen, drehen, drehen. Heißt nicht, dass ich will, wenn ich, ähm, kämpfe gegen die Börse, auch wenn ich Bauer nicht decken kann. So, naja. Es macht einfach viel Spaß zu sehen, wie die ganzen Bauern auf die Gegner einkloppen. Guck mal, habt ihr gesehen? Der Bauer hat ihn getötet mit einem Messer, oder? Messer? Ne, ja, ein Hackball. Hat er ihn getötet. Ich hab' ihn gewonnen. Nachladen. Nichts. Und mit Cheats können wir auch jubeln. F5. Ah ja, Deuerung. Scheiße, gut. Weiter. Wir haben nur einen Gypum verloren. Nehmt es, ich stehe euch zu. Ja, wie ihr sehen könnt, haben die jetzt allein Wolle und Metzgut bekommen. Rekrutiert, freiwillig? Oh, wir haben 10 dazu rekrutiert. So. Und dann lassen wir erstmal in den Hauptstadt gehen. Heimar oder? Ne, da ist eine nähere bei uns. Dre, 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 dre. Da, Nara. Und verkaufen gehen und dann verabschiede ich mich heute, weil heute mache ich doch nur ein Video. Heute hätte ich mehrere machen. Nur, naja. Nein, die will ich nicht. Nein, 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 ich suche die Hellebade. Keine Hellebade da. Aber das Verkaufen bis auf 1000. Dadam, dadam, dadam. Okay. Den Schenker mal reingucken. Aha, und das ist ein Lösegeldvermittler. Ops. Nein, mehr muss ich nicht wissen. Danke. Und wir haben Lanzenreiter zu verkaufen. 181, das ist viel. So. Beim nächsten Mal zeige ich euch die Arena. Ich bin Drachenboot 4, das war The Battle of Olympus. Mann, das ist blöd, wenn man vorhin The Battle of Olympus gemacht hat. Ich bin Drachenboot 4 und das ist Mountain Blade. Also, bis dann.